warum ist hier eigentlich noch so viel dunkel was soll denn das ich habe die fackeln immer rechts gemacht ich glaube schon warum sind hier keine fackeln hier war noch mal fackeln oder das kommt mir jedenfalls bekannt vorher die stelle schon komisch gut mal wieder eisen noch mehr eisen schön weiter nix was haben wir hier noch nix weiter ich renne hier so ein bisschen planlos rum weil keine ahnung fackel runter gibt es denn habe ich eigentlich oder habe ich noch nicht alles hier so hier ist auch nix alles schon ausgebeutet alles schon mitgenommen sieht ganz so nah aus weiß wo so die fackel ist auf der seite dann mache ich hier auch gleich noch auf die seite fertig ist mir jetzt egal hier ist verdammt nicht so ausgeleuchtet noch gut dann kommt das eis auch noch mit auf der seite muss irgendwo ein zombie sein oder jemand schnaubt sich die nase putzt sich die nase wer soll da wer plant stehen hier nur hier ist überall weiter nichts man hört aber planschen irgendwo planscht hier einer im wasser rum muss ja irgendwo hier über mir seien unter mir seien neben mir keine ahnung gut versuchen wir mal weiter runter zu kommen das sieht doch hier schon sehr nach unten aus da drüben ist immer noch dunkel warum ist hier drüben dunkel weil ich hier vielleicht noch nicht war kann das sein warum war ich hier noch nicht eine fledgere maus da drüben ist noch kohle ich nehme erstmal das eisen das ist schon mal sehr gut wenn ich erschreck mich doch mal nicht so hallo ich war mal hier so ein aufstieg kriegt immer thank you verkehrt fackel 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 und fackel ist ein bisschen kreisverkehr hier oder fackel hier gibt es wieder viel zum mitnehmen alles meint alles meint komm her komm zu papa so ist fein so schön so mag ich das so machen wir gleich mal zu ihr das bord nix mehr gut dann ich habe jetzt auch gar kein thema vorbereitet wie man das gemerkt ich bin jetzt einfach mal so ganz stumpf in die hülle und was sie mir was thema ist mangelware mir fällt jetzt auch so spontan nix ein ist jetzt irgendwas vor kurzem passiert irgendwas tolles interessantes nicht so tolles keine ahnung hat ja viel zu tun auch mit meinem neuen kanal ach ja das kann ich doch mal erzählen es gibt nur den kanal von mir der heißt ng best movie und wie der titel schon sagt werden da filme kommen und was für filme haut rein namen wisst ihr es sind halt einfach mal die geilsten filme aller zeiten die da laufen weil ich bin der meinung dass solche filme die da jetzt laufen und mein kanal die kommen einfach mal zu selten im im fernsehen und allgemein weißt du das ist das ist so wie kacke die werden zu selten gezeigt darum habe ich jetzt den kanal gemacht und ich denke mal dass der einigermaßen gut ankommt was soll der scheiß was er sagt ich bin mal gespannt wie der ankommt wie viele filme fans es gibt wie viele diese filme feiern und ja guckt einfach mal rin und ihr könnt ihr mal eure meinung da lassen oder abo oder was auch immer alles was zu mir da lassen möchtest kannst du mir da lassen gut denn hätte man da die kohle auch aus da oben war ich doch auch schon ich würde doch nach unten ich will doch gar nicht nach oben wenn ich will doch nach unten weil ich suche doch noch er war ich weiß jetzt gar nicht kann man eigentlich lava so anlegen wie wasser so seemäßig so kleiner tümpel wurde denn ständig endlos wasser hast ach die mine wollte ich auch noch erforschen siehst du jetzt wo ich sie sehe fällt mir das auch in nee kann man aber so anlegen ich weiß nicht darum frage ich jetzt also wer das weiß kann mir mal bescheid sagen weil ich brauche ein bisschen mehr lava und ich habe jetzt keine lust hier ständig herunter zu rennen aber wenn das nicht geht dann muss ich das ja machen aber das ist ja nicht so toll immer wieder die gleiche den gleichen weg bloß wegen der gleichen sache ist irgendwie doof fache licht ein ide licht so war jetzt hier noch was zum abbauen hat mensch auch mensch gut hier kann nichts bohnen so hake hake spitz und dann hätte ich gern mal noch das da komme ich da oben noch an nee schade komme ich so daran yes komm 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 ich nicht ran da komme ich nicht ran da drüber ist auch noch gut ja und da komme ich jetzt gar nicht erst ran Mist verdammte scheißen dreck hier setzt da mal irgendwie was hin hier wenn ich da oben ran komme das war's jetzt ja ne noch nicht och man das ist doch fies ist doch das oh ey sonst findest du nirgendwo aber an den beschissensten Stellen da kommt sie da ist sie da ist sie und lacht dich aus das ist das so nee so rum und das weg und da komme ich jetzt wieder nicht ran naja sich so dann machen wir es so so und einmal drehen und so und dann hätten wir hier auch noch ok komm mal her ja und du auch gut das dürfte es dann gewesen sein wie viel habe ich denn jetzt überhaupt nur in 30 die da unten ok dann weiß ich doch da schon mal bescheid ne da geht es wieder hoch hoch will ich nicht ich wäre aber jetzt auch nicht darunter das dunkel das dunkel das ii das bar das fui wir machen ja erstmal das wasser aus halt die fresser damit ich hier nämlich ganz normal hoch und runter laufen kann so kommen wir auch wieder hoch jetzt brauche ich erstmal ein bisschen licht auch guck mal da was wir da haben ist so mal schön da licht obwohl das die erinnerung brühe nicht immer so ins ohr wenn du schon nicht da bist weißt du rei die fresse ja wo kommst du denn bitte her ja hier muss ich ja jetzt hier auch noch ein bisschen was hinpacken ne an fackeln so oder ich mache es einfach hier hin und dahin und dahin und dahin und 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 dahin so dann reicht das erstmal dann kann ich mir erstmal den hier hinten holen den otto den hätte ich nämlich gern für fluss zu hause so dann hätte ich auch gerne noch die sind da und dadurch war ich schon hier bin ich gar nicht herzen hier warum eigentlich nicht keine ahnung gut dann gehen wir mal weiter hier haben wir läppisches latsoli das nehmen wir natürlich auch gleich mit wenn wir schon mal hier sind können wir ja alles mal mitnehmen komm doch an hier wenn du was willst hier bin ich auch noch gut die riesen kohle nehmen wir mit irgendwo irgendwo hatte ich doch hier nee kein eisen mir war so als ob ich hier noch eins gesehen hatte ha mensch ja tschüss auf wiedersehen ja gut dass sie nicht mehr so viel schaden machen das ist schon mal nicht so doof am besten wir löschen hier hinten nochmal noch aus weil das hier kommen ja zu viele sachen raus das ist glaube ich nicht so gesund und wo geht es denn hier noch hin das sieht noch Saga See aus gut das ist eine Saga See und dann gut da oben war ich schon mal aber hier unten noch nicht gut das lassen wir erstmal wir müssen hier oben erstmal noch alles erbeuten was man ja hier jetzt noch so gesehen haben wie das eisen wie die kohle und ok meine begeisterten fans sind auch wieder dabei so macht das spaß jo da sehen wir natürlich alles mit dir es ist so heulich man sieht sie nicht man hört sie nur wie sie einen in den Ohren brüllen Affenköppe so war eigentlich sonst doch irgendwas hier jetzt nö 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 gut dann gehen wir mal hier noch gucken und ähm ich weiß auch noch nicht was wir dann alles noch oh was wir dann alles noch bauen wollen da hab ich noch keine Ahnung das ist jetzt hier mein der kommt irgendwie immer näher oder ha ja das ist jetzt fies warum kommen die jetzt wo ich hier drinne bin okay okay jetzt erstmal ruhig ne ich versteck mich du siehst mich nicht nein 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 ein meines schwert geht gleich in gut gut ich gucke auf die uhr es ist schon wieder schon wieder zwei folgen halbe stunde machen wir erstmal wieder aufnahme damit ich immer schön auf dem laufenden bleibe was ihr so an wünschen habt und was ich bauen soll und auch wenn ich viel kommt aber naja trotzdem man muss ja immer schön und die top bleiben und deshalb sage ich erst mal wieder zu vielen dank für zuschauen bewerten natürlich nicht vergessen super wichtig und dann bis denne dann